Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier ist euer Tastenhauer zurück in Europa-Universales 4 mit König Ruh an dem 4. von Spanien und es gibt diese Folge wieder einiges zu tun hier zum Staffelende. Wir müssen den Krieg gegen Portugal noch beenden und müssen sie vasalisieren. Das haben wir zumindest beim letzten Mal so entschieden. Die Flotte befindet sich mit zwei neuen Schiffen und einer Galere weniger nach der großen Schlacht gegen Venedig hier auf dem Rückmarsch. Und ja, jetzt gibt es einige Dinge einzustellen. Wir können jetzt Verteidiger des Glaubens werden für 500 Gold. Das gibt uns dauerhaft 5% mehr Moral für Armee und Flotte. Ein weiterer Missionar. Kriegsmüdigkeit sinkt monatlich. Wir bekommen jährlich plus 1 Prestige, was sehr wertvoll ist, weil wir aktuell eh schon 67 haben und demnächst beim Friedensschluss noch mehr bekommen. Und die Technologiekosten steigen leider auch um 5% an. Der Papsteinfluss geht auch um einen hoch. Also ihr seht schon, eigentlich müssen wir jetzt ja technologietechnisch in den nächsten Jahren erstmal nur noch auf Diplotech gehen. Wenn die um 5% teurer wird, das ist ärgerlich. Vielleicht warten wir da einfach ab, bis wir hier Flottenmoral erhöhen und Kaufleute verleumden können. Wir haben ja auch keine Diplo-Ideen aktuell freigeschaltet. Von daher ist das eigentlich nicht so dramatisch und bietet uns wirklich sehr, sehr gute Boni hier. Von daher würde ich das direkt einmal annehmen. Das sorgt jetzt aber auch dafür, dass wir in jeden Krieg automatisch als Verteidiger hereingezogen werden, in denen eine andere Religion gegen zum Beispiel ein katholisches Land dann führt, auf dem, ich glaube, selben Kontinent oder was halt an uns angrenzt. Das heißt also, wenn irgendein muslimisches Land zum Beispiel auch die Osmanen hier Österreich, Böhmen oder Polen, Litauen angreifen oder Moldawien, Ungarn, Serbien natürlich auch, dann wird definitiv, werden wir reingezogen in den Krieg. Das ist aber eigentlich in unserem Interesse, damit die Osmanen hier nicht weitere Gebiete erobern können beziehungsweise wir uns ihnen dann entgegenstellen. Eine sehr sinnvolle Geschichte. Die überlegenen Einheitentypen könnten wir jetzt schon einstellen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das dann automatisch quasi geupdatet wird. Wenn wir jetzt sagen, wir machen da die Terzio-Einheiten draus. Ich lasse es erstmal noch sein. Ich will nämlich erstmal hier die Gebiete hier unten erobern. Deswegen werden wir hier auch unsere anderen Truppen abspalten und Osning mit den 8000 Pedreros hier erstmal Neapel erobern lassen, damit wir hier zügig alles durcherobern. Alle anderen Truppen können eigentlich ruckzuck hier zurück in Richtung Madrid und können dann meinetwegen auch irgendwann hier zum neuen Einheitentyp quasi aufgewertet werden. Man muss sich vorstellen, dass da quasi neue Dinge eingeübt werden. Und ja, das wird dann auf jeden Fall bald passieren. So, dann können wir wieder die Pause beenden. Ja, gab es noch etwas hier zu erspänen. Zwei konvertierte Provinzen fehlen uns noch. Das wäre sehr wichtig, dass wir endlich mal mehr Pracht bekommen. Denn so lange dauert das Zeitalter glaube ich nicht mehr an. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich im 17. Jahrhundert wird irgendwann, denke ich mal, der Absolutismus ausgerufen. Ähm, globaler Handel wurde entdeckt dann für mindestens 120 Monate. Okay, ja, mal schauen, wann das passiert. Ähm, dann die religiösen Ideen können wir auch noch freischalten. Das wäre schon beides sehr wichtig, denn wir können hier die spanischen Tercios nochmal quasi verbessern für reduzierten Nahkampfschaden. Ähm, und das wäre hier eine Idee, die wir auf jeden Fall nehmen müssen, weil sie zeitalterspezifisch ist und auch extrem gut in unser Let's Play hier hineinpasst. So, dann wurde Böhmen nicht als Rivalen mehr anerkannt, okay, und Kirchenstadt als neuen Rivalen bestimmt. Na gut. Wenn dem eben so ist, dann sei dem so. Verbesserung der Heerestechnologie. Unsere Generäle diskutieren über die Wirkung einiger neuer Waffen aus der Herstellung eines hiesigen Waffenschmieds. Sie glauben, dass sie in unseren Armeen effizient eingesetzt werden können, wenn noch mehr Waffenschmiede daran arbeiten. Geld spielt keine Rolle oder Vorsicht walten lassen. Ich würde sagen, da wir maßlos sind, würde ich auch sagen, Geld spielt keine Rolle. Influation, genau. Inflation bekommen wir und 50 militärische Macht, das ist auch immer gut. Die kann man immer gut gebrauchen. So, die Einheiten bewegen sich jetzt allmählich hier zu ihren Zielorten. Das ist auch sehr schön. Wir können jetzt eigentlich auch mal wieder auf die dritte Geschwindigkeitsstufe marschieren. Das macht eigentlich Sinn. So, ja man könnte jetzt auch gucken hier. Wir haben uns ja dazu entschieden, diese Staaten nicht zu gründen, weil die Einnahmen und der Unterhalt hier so einen geringen Unterschied am Ende machen werden. Ich würde sagen, dass sich das gar nicht wirklich lohnt. 0,14 Unterhalt im Vergleich zu 1,03 Einnahmen, das ist eigentlich eine sinnvolle Sache, aber ich finde, dass das ansonsten wenig Sinn hat. Retail können wir jetzt endlich mal zur Kernprovinz machen, dann ist auch hier die ganze Sache mit dem Aufstand bald erledigt. Das sollten wir auf jeden Fall tun, wenn wir genug Admin-Power gesammelt haben. Das haben wir ja noch aus dem Alten Krieg. Macht also durchaus auch irgendwo Sinn. Ja, Venedig hat jetzt immerhin noch seine Armee behalten. Das ist ja auch nicht schlecht in Bezug zu den Osmanen und der Verteidigungsposition. So, unsere Einheiten sind jetzt da oben. Ach, die können gar nicht mehr weg, oder wie? Na gut, dann brauchen wir gleich Durchmarschrechte. Also hier können wir auch mit der Transportflottille drangehen, das ist mir nur recht. Die können wir uns holen, aber die 35.000 Mann, die müssen unbedingt da raus. Ach, weil... Ah, das ist ja blöd, wir haben kein Durchmarschrecht hier. Das ist ja richtig dumm gelaufen. Das haben wir irgendwie verloren. Ja klar, wir können bis nach Österreich rein. Und dann müssten wir hier mal nach Durchmarschrechten fragen. Wobei, Frankreich gibt uns ja eh kein Durchmarschrecht, ne? Ja, da müssten wir da entsprechend die Transportflotte beauftragen. Das wird dann eine Weile dauern. Ich hoffe, das funktioniert sinnvoll hier mit dem automatischen Transport. Ich fürchte, das wird nicht ganz so sinnvoll laufen, wie ich es mir wünsche. Aber ich will es jetzt auch ehrlich gesagt nicht micromanagen. Wir können hier noch zwei Diplomaten verwenden. Beim Vatikan haben wir übrigens auch 83 Einfluss. Heiliges Blechle. Richtig gut. Wir könnten jetzt einen Heiligen Krieg noch ausrufen, während wir im Krieg drin sind. Das bedeutet, dass wir den Modifikator päpstlicher Bestrafungskrieg bekommen bis in 20 Jahren. Das ist sehr lange und wir bekämen währenddessen 15% Regenerationsbonus. Das gefällt mir richtig gut, denn das dauert jetzt schon sehr lange, indem wir auf jeden Fall hier Heiligen Krieg ausrufen als nächste Variante. So. Wunderbar. So, es gibt eine Entdeckung von Hormuz. Wo liegt das? Ach, auch wieder hier hinten. Im fernen Osten schon fast oder im mittleren Osten. Sollte man besser sagen. So, Serbien schloss ein Militärbündnis mit Österreich. Ja, das ist auch interessant, denn die sind sicherlich das nächste Ziel für der Osmanen hier oder eins der nächsten Ziele. Österreich schloss ein Bündnis mit Trier. Okay, also sie werden jetzt wieder ein bisschen gestärkt. So, jetzt gibt es hier ganz viele Teilarmeen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Denn die wollen jetzt hier irgendwie mit der einen Kogge alles aufteilen. Ach, Gottes Willen. Ja, dieser automatische Transport ist nicht ganz so sinnvoll manchmal. Denn die 25 hier verwendet er nicht. Das ist echt sehr, sehr dumm. Dann können wir aber hier schon mal gleich den Transport vornehmen. Liebe Leute, dann lasst die doch bitte mal stehen. Packt die alle wieder zusammen. Und lasst zumindest einen Teil davon hier auf die 25 Schiffe gehen. Das macht ja wesentlich mehr Sinn als hier mit den 34, wo nur eine einzige Einheit drauf passt. Die kann jetzt nämlich im Übrigen auch hier im Golf von Neapel belagern. Das macht sogar noch mehr Sinn. Während die hier durchmarschieren. Ach ja, im Übrigen, der Jan von Let's Play History, einem befreundeten Kanal, den ihr gerne mal besuchen solltet, der hat mich in einem Dialog, wo wir gestern unseren Podcast aufgenommen hatten, im Anschluss haben wir uns ein bisschen über Paradox-Spiele und ihre manchmal doch sehr interessanten und arbitrieren Regeln unterhalten. Und er wusste, wie sich das verhält mit diesen Meeresüberquerungen im Binnenmeer hier. Und zwar ist das so, dass man tatsächlich irgendwie nicht nur die Seeblockade aufrechterhalten muss, sondern tatsächlich beide Gebiete irgendwie besitzen muss, damit man frei hin und her laufen darf. Oder so ähnlich. Also ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, aber irgendwie so ähnlich funktionieren inzwischen die Regeln. Aber dieser Text, der dabei stand, den wir uns durchgelesen hatten, der ist wohl nicht aktualisiert. Der entstammt noch einer alten Spielversion, wo das noch nicht so war spielmechanisch. Das hat sich also irgendwann in einem Patch oder DLC mal geändert. Und ja, seitdem steht das quasi auch noch falsch in der Beschreibung. So hat er mir das zumindest erklärt. Er gab für mich sehr viel Sinn, dass das auf einmal so unlogisch erschien, wenn das entsprechend nachträglich geändert wurde. Also da sieht man schon wieder beispielhaft, dass das langfristige Erweitern dieser Spiele zwar einerseits ein Segen ist, weil man eben viel mehr in diesem Spiel machen kann langfristig, aber manchmal auch echt ein Fluch, weil keiner mehr einen kompletten Überblick über das Spiel hat. Ich glaube sogar, selbst die Entwickler von Paradox wissen manchmal nicht mehr ihre exakten Detailregeln im Spiel oder kennen nicht mehr alle Sonderregeln und sind manchmal selbst überfordert. Und man merkt das auch, wenn dann YouTuber oder Let's Player Tutorial-Videos machen. Da werden dann immer Playlists gestartet mit Akademien und Tutorials und so weiter. Und dann sieht man, die haben irgendwie drei, vier Videos gemacht, sind irgendwie in zehn Prozent des Spiels vorgedrungen, aber kommen einfach nicht zu einem Ende, weil das Spiel so unglaublich komplex ist. Finde ich sehr, sehr spannend. So, wir haben, ach hier, Neapel braucht mehr Belagungseinheiten. Nein, das ist eine Stufe-3-Festung. Ah, neun Regimenter, Basis, wir brauchen elf wegen eingezogener Garnisonen. Ah, okay, also brauchen wir drei Regimenter von hier. Dann nehmen wir mal vier mit und schicken die gleich mal nach Neapel rüber, über die Schiffe hier. Das können wir ja problemlos tun. Ja, dauert jetzt alles ein bisschen zu lange für meinen Geschmack, aber sicherlich habe ich das auch nicht optimal gemacht. Osmanisches Reich hat Moskau als Rivalen bestimmt. Das wiederum finde ich okay, denn was da drüben in Moskau passiert hier, das ist mir relativ egal. Die sind, glaube ich, sowieso auf dem absteigenden Ast, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier sind dänische Thronanwärter. Dänemark ist ja auch sehr von Problemen verfolgt. So, wir können jetzt hier die Kernprovinz in Retel erstellen. Jawohl, sehr schön. Das sollte dazu führen, dass hier auch die Wahrscheinlichkeit sinkt. 3,9 aktuell. Ja, mal schauen. Die neapolitanischen Adligen-Rebellen sind hier aber ganz stark auf dem Vormarsch. Liegt das an der Belagerung? Wegen den Einnahmen hier? Das ist ja richtig gefährlich, hatte ich gar nicht gesehen. Uh, das könnte jetzt interessant werden. Vielleicht sollten wir unsere Armee doch mal hier zu einem großen Teil herüberschaffen. Und mit 26 hier auch entsprechend verbringen. Und den Rest, äh, was? Eins? Nein. Ah Mann, was macht ihr denn da? Ah, diese automatischen Truppentransporte. Ey, kann man das nicht irgendwie abstellen? Das ist total dumm. Das ist wirklich absolut dumm. So, die will ich nicht auswählen. Die sollen zusammenbleiben. Hab mich verklickt. Fuck. Äh, die sollen nicht ausgewählt werden. Ich will euch zusammenführen. Ach, das geht nicht, weil die schon unterwegs sind. Ach, dann schickt die halt nachher hinterher. Ach, mein Gott, ey. Das ist doch alles. Mein Gott. Mein Gott. Ist das ein komplizierter Kram. Also, dass man solche Systeme auch nicht mehr überarbeitet. Wie gesagt, es sind komplexe Spiele. Man weiß nicht, wo man anfangen und enden soll. Das ist mir schon klar. Aber manche Sachen sind einfach so unnötig verkompliziert in dem Spiel, meiner Meinung nach. Das ist schon wirklich ein bisschen doof. Naja. So, jetzt wird hier rüber gewechselt. Und hier haben wir genug Einheiten zum Belagern. Sehr gut. Und der Integrationsfortschritt. Ja. Der ist hier immerhin schon vorhanden. Aber wie gesagt, demnächst könnte es... Hä? Ach, weil das eine interne Rebellion hier quasi ist. Aber mit 23.000 Mann. Da müssen wir auf jeden Fall hier schauen. Wo wird die denn wahrscheinlich spawnen? Ach, die wird uns hier rechts im Outliner nicht angezeigt, weil es eine Untertanen-Rebellion ist. Ah, Calabrian, Salento, Cosenza, Lucanien, Capitanata. Also hier unten Calabrian, Lucanien, genau. Salento, Salerno nicht. Capitanata könnte sein. Abruzzen und Neapel passiert das auf keinen Fall in den Orten. Das ist gut. Dann können wir da entsprechend vorgehen. So, Neapel. Ich wollte auch schon längst eigentlich mal hier festlegen, dass die nicht mehr unterstützend sind, sondern wirklich hier defensiv bitte auf ihr eigenes Land achten. Ich hoffe, da passiert gleich was. So, minus 7 Prozent. Immerhin haben wir hier ordentlichen Fortschritt durch unseren Belagerungsgeneral. Also Osning hat sich hier schon sowas von verdient gemacht für unser Land. Als Belagerer, als fähiger Kriegsführer. Das ist echt gut. So, Abruzzen wurde besetzt. Das ist gut. So, bald haben wir schon wieder 50 Einfluss. Das geht ja unglaublich fix. Dann können wir sogar noch erneut einen Punkt Merkantilismus bekommen. Sehr schön. So, 100 Prozent. Wir haben hier auch die Mauern durchbrochen. Oh ja, das ist richtig gut, dass wir uns jetzt beeilen. Und dann hoffe ich, dass wir bald vorankommen, während ich hier mein Mikro gestoßen habe. Das tut mir sehr leid. Das habt ihr, glaube ich, jetzt gehört. Das ist immer sehr ärgerlich. So, die Belagerung von Neapel wurde direkt gewonnen. Oh, das ging jetzt schnell. Friedensangebot aus Portugal. Sie wollen also von ihrer Seite aus Beira, Alentejo, Porto, Bragancia, Coimbra abtreten. Allerdings nicht Lissabon. Die Hauptstadt wollen sie natürlich behalten. 70 Dukaten, 0,02 Inflation, 24 Prestige. Ja, dann würden wir sie natürlich hier von weiten Teilen ihres Landes trennen. Porto, Bragancia, Coimbra, Beira würde abgetreten und Alentejo. Allerdings nicht Evora und Lissabon. Und ehrlich gesagt will ich da gar keinen zweiten Krieg führen. Ich will die zu Vasallen machen. Deswegen lehnen wir natürlich ab und beeilen uns hier richtig schnell. Ah ja, wir zurückkehren demnächst unter die Kontrolle von Salerno. Das heißt, wir können hier direkt zu Bari und Lucanien marschieren. Wir sollten allerdings erstmal, glaube ich, beide zusammenführen. Denn ansonsten wird das hier risikoreich, wenn die Gegner hier direkt spawnen. Das dürfte jetzt wirklich nicht mehr lange dauern. 70 Prozent, 19,7. Das könnte hier jeden Moment soweit sein. Dementsprechend werden wir direkt mal reinmarschieren. So, und dann werden wir das Ganze beschleunigen. Das ist auch wieder risikoreich. Aber wir werden jetzt immer eine Einheit auswählen nach Salento schicken. Eine Einheit auswählen nach, hier unten, nach Kalabrien schicken. Eine Einheit auswählen und nach Prosenza schicken. Und dann die letzte Einheit, die wir noch haben für Lucanien, die wir rausnehmen. Und dann geht das hoffentlich so schnell, dass wir hier die Rebellen noch aufhalten können, bevor sie spawnen. 70 Prozent nach wie vor, das sieht gut aus. Aber auch ein hoher Wert hier zum Spawnen. Also das ist wirklich nicht ganz risikolos gerade. Aber wir hoffen, dass wir rechtzeitig alles besetzen können. Bari ist schon besetzt. Ziehen wir hier runter. Und beeilen uns hier wirklich. Denn, ja, Lucanien, Salento wird besetzt. Das müsste eigentlich jetzt hier auch schon dazu führen, dass das runter geht. Aber tut es momentan nicht. Na okay, dann sollten wir die Truppen vielleicht auch hier in Neapel belassen. So, hier sind Transportschiffe mit 1.000 Mann. Die können wir jetzt schon mal hier einschiffen lassen. Und die anderen Einheiten können wir hier, also von Lucanien mal stationieren. Dass wir die dann gleich auch von dort wegbekommen aus unserem momentan integrierten Staat. Okay, Cousinza wird von Neapel besetzt und Kalabrien ebenfalls. Okay, dann können wir all unsere Einheiten hier zurückmarschieren lassen. So, die Franzosen sind bei 90 Prozent in Retel. Das ist auch nicht so schön, aber okay. Lassen wir so. Alles klar, 36.000. Rekrutierungsziel verpasst. Die rapide Erweiterung unserer Häfen und Docks hat dazu geführt, dass immer mehr junge Männer ihre Bauernhöfe verlassen und auf Schiffen für Handelshäuser anheuern. Es wird immer schwieriger, Männer zu finden, auf deren Kriegsdienste wir zählen können. Ja, minus 4.000 Rekrutenreserve. Aua, das tut weh. Gut, dass wir diesen Modifikator des Papstes hier haben. Den brauchen wir jetzt auch wirklich dringend. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt bleiben wir erstmal hier. Transportieren noch nicht ab. Wir kommen nur auf 99 Prozent. Achso, wenn die siegreiche Seite alle Provinzen der unterlegenen Seite kontrolliert und die unterlegene Seite keine einzige Stadt oder Provinz mehr kontrolliert. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Neapel kehrt übrigens zurück mit seiner Armee. Das Problem ist nur, wenn jetzt hier die Rebellen spawnen, und ich kann hier eigentlich nicht weg bei 18 Prozent. Was ist denn in Kapitante hier los? Grausamer Lehnsherr plus 10 Unruhe. Okay. Sollten wir das riskieren, dass Neapel hier Probleme kriegt? Was ist denn das überhaupt für eine Rebellenfraktion? Adelige Rebellen, Ausweitung ihrer Privilegien. Betrifft das uns dann oder betrifft das nur Neapel? Bin mir nicht ganz sicher. Sie fordern das Ende dieser Bauern- und Kaufmannsherrschaft. Der Adel erlangt 15 Einfluss, derzeit 36,5 und wir verlieren 20 Prestige und 20 Legitimität. Das wäre schmerzhaft. Und das bei einer Spawn-Wahrscheinlichkeit von doch immer noch 18 Prozent. Wir können keine Verhandlungen mit ihnen führen, aber es sind 21.000 Mann und die würden wirklich hier extrem mit der Neapel-Armee aufräumen. Die könnten sich hier schlecht verteidigen gegen die Rebellen, weil die doppelt so stark sind fast. Wisst ihr, was wir machen? Wir teilen die Armee auf. Das machen wir jetzt nochmal gerade. Wir schauen nach. Wir können auf jeden Fall die 6.000 darin gebrauchen und ich würde auch mal behaupten, Moment, schließen wir das erstmal. Wir müssen ja die anderen portugiesischen Provinzen hier noch erobern. Ich muss mal gerade schauen. Die hatten ja hier im Süden noch drei Stück. Ich hoffe, das sind dann wirklich alle. Die müssten wir dann quasi mit wenigen Einheiten einfach durcherobern. Die haben hier unten sogar Kakao. Das ist ja richtig gut. Die haben hier keine Verteidigungsanlagen. Haben die hier irgendwo noch Gebiete sich geholt? Ja, hier. Arguin gehört auch noch dazu. Das müssten wir uns auch noch holen. Und auch natürlich hier die Azoren und auch noch hier bei Cap Verde die Provinz. Also die müssten wir uns alle noch holen. Sonst haben sie sich, glaube ich, nichts mehr geholt, wenn ich das richtig sehe. Das müssten wir alles noch einnehmen. Das heißt, da brauchen wir echt einige tausend Truppen für, die mit Schiffen hier überall hin transportiert werden und erobern. Das lässt sich relativ zügig machen. Allerdings muss ich dann hier einige Einheiten zurücklassen. Ich würde dann auch sagen, da können wir natürlich die 6.000 hier sehr gut benutzen für. Der Gegner hat ja keine Armee mehr. Wie viele Provinzen waren das? Ich muss nochmal durchzählen. Eine hier, zwei hier, drei hier oben, vier, fünf. Das reicht also schon aus mit den 6.000 Mann. Dann würde ich das jetzt tun. Dann nehmen wir einfach unsere Kavallerie heraus und sorgen für die komplette Eroberung Portugals mithilfe unserer Kavallerie. Hier soll sich keiner mehr anschließen. Wir transportieren dann bitte mit unseren 25 Koggen und starten hier direkt bei den Azoren. Okay. Gut. Und dann lassen wir die restlichen Einheiten, die 31.000 hier, um mit der Gefahr durch die Rebellenarmee fertig zu werden. Okay, die haben wir hier oben. Das sind nur, ich glaube, wenige. 14.000, ja, das ist nicht viel. Das kriegen wir mit 23.000 hin. Aufstieg der Kaufmannsklassen haben wir wieder. Im Vergleich zum Adel oder dem Klerus beruht der Status der Bürger nicht auf den gleichen alten Traditionen. Das hatten wir schon mal. Die bekommen jetzt 10 Einfluss. Das können wir aber verkraften. Die liegen jetzt alle so bei 34 Prozent. Der Klerus ein bisschen höher. Ja, sie wollen immer noch Frieden. Ah, ja, ja. Ich weiß. Ich will euch aber auf jeden Fall komplett besiegen, meine Freunde. Da gibt es hier keinerlei... Keinerlei Widerspruch. So. Ah, die Religion in Hinau ist zum reformierten Glauben konvertiert. Auch sehr ärgerlich. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern. Sobald die Modifikatoren ablaufen. Ich hatte es euch schon mal erklärt. So lange können wir erstmal nicht machen. Es gibt Ruf nach Frieden. Ja, weil wir da schon so weit sind. Da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben. Wie sieht es denn aus mit der Kriegsmüdigkeit hier aktuell? Liegt bei 1,27. Ja, aber da brauchen wir noch nichts machen. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Okay, liebe Leute. So. Sind wir jetzt gleich in den Azoren. Ah, da sind noch 2000 Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dagegen gewinnen. Die haben hier sogar noch einen guten General stehen. Verdammt. Ah, damit habe ich nicht gerechnet, dass die noch was hier stehen haben. Kann sein, dass wir jetzt hier losen, wenn wir so angreifen mit 6000 Regimentern. Da wir natürlich hier auch unzureichende Unterstützung zu weiteren Verlusten im Kampf und dann noch gegen den General werden wir hier keinen General haben. Dann müssen wir nochmal umdrehen. Schon wieder so ein Fehler in der Einschätzung. Gut, dann bringen wir die hier drüben hin. Ah, das ist jetzt blöd mit dem Koggen-Transport. Ja, bringen wir sie hier oben nach Neapel und statten sie dann hier erneut aus und machen einen Abstecher hier im spanischen Gebiet, um einen neuen General zuzuweisen. Das ist mir schon wichtig an der Stelle. So, wir können jetzt hier auch wieder Merkantilismus erhalten für den Papsteinfluss. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Merkantilismus wird unseren Handel natürlich auf Dauer hier sehr stark stärken. Ist jetzt schon bei 12%. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Sehr schön. Immer noch Plus, obwohl wir hier so viele Ausgaben haben. Das ist sehr, sehr gut. Gut, so, Entscheidung reformiert die Regierung in Marokko. Okay, Regierung geändert in Dänemark. Sie sind jetzt ein Herzogtum. Und es gibt neun Herrscher. König Nils der Zweite. Alles klar. Okay. So, liebe Leute. Dann würde ich aber jetzt, obwohl das jetzt natürlich ein bisschen ein Cliffhanger wieder ist, euch entlassen aus dieser Staffel. Ihr könnt euch schon auf die nächste Staffel freuen, wenn wir dann Portugal komplett besiegen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das geht, was ich vorhabe. Ich möchte natürlich auf die 100% kommen, um Portugal zu einem Vasallen zu machen. Das Ding ist, da wir ja das Kartenupdate zwischendurch hatten, gibt es hier Provinzen, die hier nicht abgebildet werden. Die ich auch nicht automatisch erobern kann. Es kann jetzt sein, dass ich dann tatsächlich mit der Konsole mir irgendeine Provinz noch hinzufügen muss, die entsprechend nicht hier drin ist. Also hier ist Alentejo, das ist hier Algarve da unten, Lissabon da und Evora dort. Das ist ja dann besetzt worden. Und wir haben hier in Beira nämlich Aveiro. Und Aveiro können wir nicht erobern, weil das ja quasi auf unserer Karte nicht existiert. Das ist ja ein bisschen schwierig, das zu importieren, damals gewesen. Eventuell müssen wir dann, aber das wird ja durch niemanden gehalten aktuell. Also kann sein, dass das doch geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es genau funktioniert. Das werden wir uns dann anschauen, sobald wir hier die Provinzen erobert haben. Es dauert noch eine Weile, aber alle müssen sich gedulden. Nicht nur die Zuschauer, auch die Bürger Spaniens, die langsam die Schnauze voll haben vom Krieg. Aber wir müssen wirklich gucken, dass wir das durchbekommen. Denn ein Vasall Portugal, ich glaube, der hilft uns hier am Ende doch mehr, als dass wir hier irgendwelche Einnahmen und aggressive Expansion bekommen. Und ja, Johanniter Orden haben wir ja auch begründet. Das ist auch jetzt einer unserer neuen Vasallen. Neapel ist bald integriert. Die fallen ja dann wieder raus aus der Diplomatierechnung. Von daher haben wir da nur eine Beziehung zu viel. Das ist eigentlich sehr schön. Okay, und die Kolonie in Lesastis ist auch langsam Richtung 100%. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich bald auch einen Conquistador wieder losschicken in die neuen Gebiete bei Seminavar. Äh, Semanivar, so rum. Und dann hier weitere Kolonien zu begründen. Sehr schön. Okay, liebe Leute, das war es für diese Staffel. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und es hat euch gefallen vor allen Dingen. Kommentare sind wie immer natürlich gerne gesehen. Auch ein Daumen hoch schadet nie. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Staffel wieder oder vorher schon in der nächsten Staffel bei unserer Reise im Mittelalter in Crusader Kings 2 mit dem Herrscher von Norek aktuell noch. Also bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao. Tastenhauer. 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 Vielen Dank.